Leute, willkommen zurück zu Mittlergesunde 2, Sots of Liberty. Ich hatte gerade ein riesen Schrecken und dachte, ich muss jetzt alles nochmal machen. Alter, mein Herz. Äh, puh. Jetzt hatte ich richtig stark Panik. Nee. Jetzt hatte ich richtig, richtig stark Panik. Und der Boss Fatman, der ist echt nicht zu sparsen. Und Halleluja. Ich dachte echt, mir jetzt sieht es gleich aus. Ich war jetzt gerade wieder total auf 180. Frisch verputzen. Ich habe ja sowas für meine Familie gemacht dieses Mal. Die komplette Küche geputzt. Keller, Gang und so weiter. Und. Ja, dachte ich mache hier mal kurz schnell weiter, ne. Und eigentlich wollten wir abends dann gleich nochmal zocken in die Runde. Dann kam ich auf falschen Spielstand und dachte echt, ne. Kann nicht sein. Es kann echt nicht sein, dass jetzt mein Spielstand weg ist. Weil ich jetzt stand echt still. Oh, ich habe keine Dübel-Kanate mehr. Oh, oh. Nein, der zieht sogar mit rein. Da gehe ich ein bisschen auseinander. Ich glaube, die kommen immer wieder dieses Mal. Weil da auch schon langsam die Hälfte, die Hälfte von Ende sich nähert. Ja. Die Hälfte. Also bin ich jetzt erleichtert. Meine volle Ration ist da. Alles da. Alles gut. Also fehlt sich hoffentlich jetzt nix. Ich glaube, der Typ war da oben, ne. Mit dem. Ich habe keine. Die schlusserfahre. Zwei. Also. Ich habe Level 2. Okay. Dann biss ich einmal runter. Weil unten ist Level 2. Ja. Da ist auch noch Level 2. Oh. Okay. Das ist gut. Ja, der Monk ist gleich auf, oder? Ne, nicht mal. Ich habe nicht gedacht, dass mein Skull kein Schalldämpfer hat. Grünes Monster wieder am Start. Werde ich doch gleich brauchen für den Boss. Der Hörer ist der Nächste. Sollte man noch mal so gleich erreichen. Dieses Mal kann ich nicht lange. Mal sehen, ob ich den Hörer gleich schaffe, aber glaub ich gleich. So kann man auch Geräusche machen, aber nein. Ich hoffe, die Qualität ist ja ein bisschen anders. Bei Metal Gear Solid 3 muss ich schon ein bisschen umstellen. Vielleicht fällt es auf, aber mal schauen, ob es besser ist oder schlechter. Kann man nicht so genau sagen. Die schlimmste Waffe mit der VR-Mission. Nee, echt die schlimmste. Warte, mich keinen Schalldämpfer hat. Das ist auch für die drei. Da unten brauche ich auch in der Mitte. Mami. Ja, genau. Hau doch ab. Hau ab. Ab. Tschüss. Warte, warte, warte. Ja, immer hier, genau. Schießt mich ab, aber ich will nicht mich... Schießen kann ich kaum. Der sieht mich auch von jeder Drecksecke. Von jeder Drecksecke sieht ihr mich. Egal, wo ich stehe. Wer ist da? Alter, hau ab! Es geht jetzt schon gut los. Ich bin jetzt im Sauerstress, Junge. Ich muss hier noch anderes machen. Am Wochenende werde ich nicht können. Ich muss jetzt gleich noch was machen. Mit meinen Kollegen, also mit meinen Freunden. Warum bin ich nicht da? Wochenende werde ich wahrscheinlich nicht können. Also ich bin echt jetzt, ähm... Da muss ich frisch verputzen. Vor allem wollte ich aufnehmen, hätte ich danach geputzt. Aber nein, da kam ein... Update, sag ich jetzt mal. Windows Update. Da dachte ich mir so, ne. Jetzt mal nicht. Jetzt putze ich. Halt die M4. Ja. Hab ich noch. Geht's? Nein. Geht nicht. Ich hasse es. Ich möchte einfach nur die Kostüme holen und wieder abhauen. Ich weiß's. Nein, 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 nein. Da werden so wahrscheinlich meine Videos heute. Einfach nur so verstecken, aber immer bei dem gleichen Raum, ne. Immer bei diesem Raum. Positions. Increase security. Understood. Reinforcers are on the way to strut F. Intensify the level of security. Ich kann das gut hier. Ich muss jetzt kurz Pause machen. Und später weiter machen, weil ich bin jetzt schon wie so im 180. Modus. Das ist eigentlich nicht gut. Das stresst mich jetzt gerade per Moment. Also normalerweise müsste ich jetzt beenden und sagen, ich muss jetzt kurz Pause machen. Und später weiter machen. Oder beziehungsweise morgen nach dem Schwimmrunde. Aber morgen gehe ich erstmal runter schwimmen. Ja, jetzt sind wir alle da, ey. Ihr blöde. Guter, den nicht abknallen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Da ist jemand da! Ich tu dieses mal nicht. Wieder mal. Rein und raus, damit es schon mal gesperrt bleibt. Mann, 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 Mann. Ja, jetzt zahle ich fürs Aufregen, aber das ist echt assoziat. Ja, nächster. Hau ab. Ich gebe auf, mir reicht's für heute. Ich versuch's jetzt so einmal dann herauf. Heut bringt mir ich gar nichts Glück. Null. Mach hin und schieß mir auf. Das glücklich bist du da raus. Sei happy und tschüss. Wenn ich so einmal versuche jetzt noch. Wenn ich's so nicht hinhau, dann mal wieder. Und dann brauche ich Pause. 15 Minuten für versteckte Spiele. Und die Wachen. Und nicht Satteln. So, dann gehe ich auch noch mal raus rein, dass das auch gesperrt bleibt. Leute, ey. Wenn man hier so Pegel einblenden könnte, dann... Das wär auch was, ne? Sowohl Pegel, da wär so'n Hasspegel. Ja, ja. Seid brav und gib's hier. Dankeschön. Dies passt gut eh nicht. So. Der hat mal gar nichts. Sturmgewehr, ja. Tio Fröst. Weiß genau, ist das für ne Waffe? Ach so, das ist... Ach, da oben da. AK, ja ok. Sorry. Das kann mir. Genau. Das ist die AK-Monie. So, jetzt wir ruhig bleiben. Und wir normal... Nach draußen, bitte. Ohne erwischt zu werden. Dankeschön. Lieber Wachmann. Ich war jetzt echt schon kurz vor Augen auf, weil ich bin einfach zu im Stress. Ich müsste mal richtig entspannt zocken. Richtig entspannt. Aber es... das... haut nicht hin. Der jetzige Verfassung. Der Stress-Verfassung. Kann ich jetzt schon durch. Das hebe ich jetzt mal auf. Wir spielen jetzt durchlaufen. Außer... müsste ich jetzt alles haben. Der Wachmann wird es nicht mehr gedacht. Ach hör, der kommt noch nicht in diesen Part. Ah ja, stimmt. Der kommt erst danach. Nach dem Aims. Okay, da geht's noch ein bisschen... ein bisschen ruhiger. Aber nur ein bisschen. Auf die Hürde hätte ich jetzt eigentlich Bock gehabt. Aber... Aber... Bleibt jetzt aus. Das war jetzt eigentlich mit aufsichtiges Volk. Ja. Nicht M4. OK. So, ich brauche jetzt jeden Einzel. Jeden. Einzel. Aktivieren. Wird nicht so einfach jetzt. Bei Ihnen eins muss ich jetzt quasi dann... hier... eine Hunde-Marke holen. So... Moment. Ganz schnell. Moment. Ganz schnell. Der Buch. Da war ja auch noch was. Hier mit dem Buch. Aber ich mache jetzt dann wirklich kurz Pause. Damals bin ich ja in alle Ruhe diesen Bereich komplett. Ein paar Wochen weniger mache ich jetzt. Und dann... Schritt für Schritt dann hier. Weil... Ihr seht es ja. Ich bin jetzt schon auf 85. Und ich habe nicht mehr die Hälfte. Also... Hm. Der Wachmas... Sieht das jetzt? Genau. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine gute Idee ist. Der hört mich doch nicht. Schiet... Ich müsste jetzt echt alle betäuben, ne. Mein sonst... Oh 1 deswegen ist schon bald die ganzen wochen chaos sind zwei sind aber ich noch daran sind ist auch der fälle und das so richtig im kopf habe und dann heißt es schnell sein wirklich wirklich schnell ich schaue immer vorsichtig nein ich habe einen fall geschossen verflucht noch einst das wollte ich jetzt nicht näher auf einen schieß wollte ich jetzt nicht ich würde gleich hier entsorgen das ist das war jetzt echt Ja, die Woche ist sehr schnell auf, deswegen auch gleich wieder betäubeln. Da ist echt keine Korona, okay. Keine Kamera. Die auch aus, genau. Ich schieße lieber alle aus, sicher, sicher. Dann gehe ich raus rein, dann kann ich alle schönen Rühe mitmachen. Mitmachen. Und die Kamera vergesse ich dieses Mal nicht. Ja, ich möchte mich letztes Mal komplett vergessen. Da war es das natürlich. Und dann, ja, Alarm-Modus, ne. Bruder muss los. Aber schnell los. Dann ist der Arno wieder wach, oder? Nein? Ausnahmsweise. Wegen Zeitdruck. Dann schieße ich den allen Auge noch ab. Oh, banal schön. Ja, mach ich. Jetzt muss ich herkippsen. Dankeschön. Den Arno von vorne habe ich ja auch noch betäubt. Genau, der ist auch gleich wieder wach. Ach so, ob sie mir mal schüttelt, ob sie mir kommt, was rauskommt. Ah, ganz schnell. Ganz, ganz, ganz schnell. Die Toten brauche ich mich wieder. So, direkt ins Gesicht. Dankeschön. Ja, was man nicht alles hier rund im Markt gemacht, ne. Aber wie kommt der Tote wieder? Wie kommt der Tote wieder? Der kommt nicht wieder. Oder ist es dann wahrscheinlich der Einzige? Nein. Shit. Ja, weil ich ihn vergisst habe. Genau. Ich ergebe mich. Hilfe, ich ergebe mich. ich bin jetzt nicht da vergesse ich auch so viel auf die schweizte würde sagen ich beende mal vorsichtig diese port vielleicht kommt noch was dazu auf das erste mache ich mal kurz die pause und dann sehen wir es nun wenn es hinhaut abends wieder aber muss ich schauen wie ich das jetzt dann mache ich erst mal freute die kinder und dann die mitte ane das ist das wasser holen soll das wasser holen habe ich jetzt schaden vor was vor was habe ich jetzt schon oha das ist ja auch noch eine menge plus viel zu tun ist schon hundemarken aber das freute macht mir dann später oder beziehungsweise geld schon fast als nächster power dual die geht jetzt echt da dahin So... Hmm. 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 Nein, 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 nein. Das war's für heute. Da war er auch. To you, deface. To you, deface. Hm. Nee, da schmeißt es keine Granate rein. Nee, nee, ii. No Granate. Auch wenn es geht nicht müde. Aber, nein. Auch du, ja. Auch du, nee. Gefällt mir, gefällt mir. Kann sagen, jetzt habe ich zwei meine Schüsse. Aber hilft nichts. Ich ziehe jetzt das doch noch durch. Sorry Freunde, auch wenn ich sage, nee. Aber das ziehe jetzt doch noch durch. Was war das Geräusch? Schau! Wahrscheinlich ist es ohne mit dem... Oh, auch nicht. Sehr gut, sehr gut. Dann ist die Frage, war es da noch schon oder... Kommt da noch was? Von dem... äh, Typen jetzt. Braver Junge. Grafe Jungs. Unböse Jungs waren diesmal am Start. Also, mhm. Ja, wir haben das Ding, ich weiß. Aber ich will jetzt sagen, ich beende diese Part. Freut mich, dass ihr dabei wart. Der nächste Part geht jetzt rund. Auf den Spind. Also, ein Buch wahrscheinlich, ne. So, ein Buch. Buch, 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 Buch. Da war hier eigentlich nichts mehr Wichtiges drin, oder? Eigentlich. Schau mal. Schau ich noch mal in die Mitte. Ob der eine Typ wieder da ist. Umsonsten. Ähm. Halt das... Ne. Ja, in die Mitte. Ich meine oben. Sorry. Sollte eigentlich noch wieder wach sein. Ja, guter Junge. Sind alle wieder da? Ja, sehr gut. Aber welcher von dem... Die beiden haben scheinbar kein Bling-Bling. Das Bling-Bling ist der Fliehunde Macke. Sehr gut. Dafür ist es eigentlich nur der andere. Oder? Um genau zu sehen. Kann das sein. Ach, den hab ich schon. Ach, Junge. Ja, gut, Freunde. Den einen erwische ich schon noch. Keine Sorge. Außer wenn ich jetzt raus hier reingehe. Passiert dann was? Ich glaube zwar nicht, dass da viel großartig jetzt passiert. Aber man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Man lernt nie aus. Nö, der Dude will einfach nicht. Oh. Oh. Den hab ich echt umgelacht. Boom, 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 boom. Ich bring euch alle um. Und Junge, dieses Mal richtig so speichern, dass ich sie gleich wieder finde. Herzinfarkt bekomme. Die brauchen wir auch noch, ja. Aber die holen wir in der nächsten Folge. Erstmal aktivieren hier den Computer. Oh. Den müssen wir den nächsten Part nochmal aktivieren. Ist ja klar. Weil das plötzlich so nicht gespeichert. Leider. Aber. Sollte eigentlich so jetzt passen. Oder was denkt ihr? Like und abonnen lassen würde mich wieder freuen. Und danke, falls ein neuer Abonnent da ist. Ich kann zwar kein Englisch. Aber ich bin in der Übung. Auch wenn ich jetzt ein bisschen nachgelassen habe. Ich hoffe, ihr scheint mir jetzt auch richtig. Seid mir bitte nicht böse. Ähm. Aber wenn schon einer auf englisch geschrieben hat. Gefällt's. Freut mich sehr. Und ansonsten. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und. Ja. Hab ich die Ehren miteinander.